Ein Karnevalslied aus dem 18. Jahrhundert Gespielt auf einem Klavikord Ja, jetzt fragt ihr euch, was macht der Mann damit? Ist klar, Techno-Musik Ich werde immer wieder gefragt, was hast du da für Klänge drauf auf der Maschine? Ich sag, nur die geilsten natürlich Zum Beispiel diesen hier Um genau zu sein, nur diesen eigentlich Ich hab da mal so einen kleinen Loop geschustert Geht ab wie Sau, ne? So, und ist natürlich auch mit Effekten ausgestattet Wir legen jetzt ein Vibrato drauf Bisschen affig, wir machen was anderes Eine kleine Mixtur Moment mal Techno-Musik Das ist ein Vibrato drauf Was hast du da für Klänge drauf auf der Maschine? Was hast du da für Klänge drauf auf der Maschine? Was hast du da für Klänge drauf? Ja, das ist einfach so ein Kelly-Schwager Und das ist einfach so ein Körger Das ist einfach so eine noch mal Det-Sино zwei Schlagzeug Das ist einfach so ein Körger Das ist einfach so ein Körger Techno Musik Was hast denn da für Klänge drauf auf der Maschine? Techno Musik Was hast denn da für Klänge drauf auf der Maschine? Was hast denn da für Klänge drauf auf der Maschine? Was hast denn da für Klänge drauf auf der Maschine? Bis zum nächsten Mal. 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 I think... I'm doing... I think... I'm doing... I'm doing... I think... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Schöpfe Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wake up, time to die Untertitelung des ZDF, 2020 Wake up, time to die Untertitelung des ZDF, 2020 Wake up, time to die Untertitelung des ZDF, 2020 Wake up, time to die Untertitelung des ZDF, 2020 Wake up, time to die 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 Wake up, time to die